In diesem Video möchte ich dir einmal Schritt für Schritt zeigen, wie du deine Bitbox 2.0 von Anfang bis Ende einrichtest, wie du Transaktionen empfängst und natürlich auch diese versendest und welche weiteren Funktionen das Hardware Wallet so bereithält. All diese ganzen Informationen findest du also in diesem Video, bleib unbedingt bis zum Ende dabei. Ach übrigens, in meiner Videobeschreibung findest du den Link zu meinem Partner Bitwavo. Darüber bekommst du einen 10 Euro Willkommensbonus, mit dem du sofort deine Lieblingskryptowährungen kaufen kannst und die ersten 10.000 Euro in Fiat oder Krypto kannst du ohne Gebühren handeln. Ich persönlich benutze Bitwavo, weil es für mich eine seriöse und regulierte Börse ist und über 190 Kryptowährungen anbietet. Zusätzlich kannst du dort Staking und kostenlose Steuerreports nutzen. Also viel Spaß mit deinen 10 Euro. Wie gerade erwähnt, möchte ich dir heute gerne einmal zeigen, wie die Bitbox 2.0 so eingerichtet wird. Wenn du noch irgendwelche Fragen zu dem ganzen Thema haben solltest, irgendwo unsicher bist, dann schreib es gerne mal unten in die Kommentare, damit ich dir entsprechend helfen kann. Was du natürlich im allerersten Schritt brauchst, ist natürlich eine Bitbox. Über den zweiten Link in der Videobeschreibung findest du den Bitbox Shop. Dort gibt es zum einen eine Bitcoin-Only-Edition oder eben auch eine Multi-Edition. Wir haben dann natürlich den Support von Bitcoin, Litecoin, Cardano, ETH und über 1500 weiteren Token. Der große Vorteil an Bitbox ist, dass wir in dem Fall ein Open-Source-Hartow-Wallet haben. Damit ist also wirklich sicher, dass niemand von extern auf unsere Daten dort zugreifen kann, also niemand den Private-Key auslesen kann. Gerade beim Ledger gab es ja einige Unsicherheiten diesbezüglich und Bitbox hat hier quasi das bessere, in Anführungsstrichen, Komplettpaket eben bereit. Und in dem Fall zeige ich dir noch ganz kurz, bevor wir in die Anleitung rein starten, wie das Ganze aussieht, also wie du quasi die Verpackung bekommst. Du siehst schon, es ist quasi direkt verschweißt. Du musst natürlich dann die Schere nehmen, ganz klar, und einmal die Verpackung öffnen. Und dort gibt es dann einige Sachen, die dich dann erwarten, nachdem du die Box ausgepackt hast. Natürlich bekommst du noch Flyer und so weiter dazu, ganz normal, inklusive einer Rechnung, so wie man das eben kennt. Und in der Box, da gibt es dann verschiedene Elemente. Zum einen natürlich die Bitbox, wir haben eine Speicherkarte, eine MicroSD und wir haben natürlich ein USB-C Verlängerungskabel. Die Bitbox funktioniert mit USB-C, das ist wunderbar. Und es gibt auch einen Adapter von USB-C auf USB-A. Ansonsten gibt es noch einige, ja quasi Zubehörteile, wie zum Beispiel, ja dieses Zubehörteil, um letztendlich die Bitbox an den Schlüsselbund eben anzuklicken. Plus natürlich Sticker und eine Anleitung. Dort gibt es alle möglichen Schritte, die zu beachten sind. Und genau, sobald wir also unsere Bitbox ausgepackt haben, werfen wir noch schnell die Karte mit rein, die MicroSD-Karte. Und dann sind wir direkt startklar. Das allererste, was wir in dem Atemzug dann tun, ist dann auf die Webseite shift-crypto-ch-start oder mittlerweile bitbox.swiss-download zu klicken oder beziehungsweise die Seite aufzurufen über unseren Browser. Hier solltest du dann landen und dann kannst du entsprechend für dein Betriebssystem die richtige Anwendung runterladen, entweder Windows, macOS oder auch Linux. Alternativ kannst du das auch aus dem Play Store von Google runterladen, also auch das wird supported. Und in meinem Fall nehmen wir natürlich jetzt einmal Windows. Nachdem ich nun also die Datei runtergeladen habe und sie gestartet habe, es ist nur eine einfache Echse, dann müssen wir natürlich einmal uns durch das Setup durchklicken. Das ist selbsterklärend. Wir klicken hier einmal auf Next, wählen dann den Pfad aus, klicken hier ebenfalls wieder auf Next, können dann hier quasi noch einen Folger im Menü mit anlegen. Das ist optional. Man kann hier eben die Shortcuts eben auch mit abwählen. Ich lasse es jetzt einmal mit drin und gehe auf Install, dann werden die ganzen Daten hier einmal extrahiert, die ganzen DLLs und so weiter. Die Installation wird also einmal komplett durchgeführt. Da heißt es einfach einen kurzen Moment Geduld haben. Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken wir nun auf Next und können eben auch die App direkt starten. Und das machen wir jetzt auch. Sobald wir also die App gestartet haben, erscheint direkt ein Guide vor der Nase. Und in diesem Guide werden dann einige wichtige Fragen natürlich geklärt. Zum einen, wie ich ein Gerät bekomme, was ich mache, wenn ein Gerät verloren gegangen ist. Braucht die Applikation eine Internetverbindung? Was passiert, wenn meine Bitbox 1 quasi nicht erkannt wird? Oder kann ich eben auch die App ohne ein Gerät benutzen? Und ansonsten gibt es natürlich auch direkt ein Kontaktformular, über das ich dann direkt mal den Support erreichen kann. Also das heißt, sollten wir in den Kommentaren auch irgendwelche Fragen nicht beantworten können, dann kannst du gerne auch direkt an den Support von der Bitbox dich quasi wenden und dort deine ganzen Fragen einfach mal direkt reintrichtern. Wir können an der Stelle einfach mal den Guide schließen. Und nachdem die Anwendung gestartet worden ist, kannst du nun eben auch direkt einige Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel kannst du hier unten die Sprache anpassen. Das funktioniert ohne Probleme. Und auch wenn es um die Darstellung der App geht, da gibt es über den Einstellungsknopf hier unten einige Möglichkeiten. Um wieder zurückzukommen, können wir hier oben einfach auf den Home-Button klicken und schon befinden wir uns wieder in dieser Übersicht. Jetzt ist ganz wichtig, einmal zu verstehen, was hier auf dieser Anleitung draufsteht. Hier sind nämlich verschiedene Funktionen, einmal aufgeschlüsselt, die du nun gleich benötigen wirst, um deine Bitbox entsprechend zu benutzen. Wir haben zum Beispiel hier einmal das Kommando Tab. Oh, jetzt müssen wir einmal gucken, wie rum hier. Das heißt also, du musst dann zum Beispiel, um etwas zu bestätigen, hier oben einfach einmal rauf tippen, um also die Auswahl zu machen. Du wirst es dann gleich eben auch sehen. Das ist alles ziemlich selbsterklärend. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit zu sliden. Das funktioniert dann, indem man hier einmal rüberwischt. Oder zum Beispiel, um etwas zu bestätigen, gibt es dann quasi diese beiden Finger, die man hier dann zusammendrückt. Aber auch auf dem Display ist das natürlich sichtbar. Das bedeutet, wir nehmen jetzt einmal diesen Adapter, den wir bekommen haben. Bei mir ist zum Beispiel an meinem Rechner kein USB-C-Port mit dran. Und deswegen habe ich mir direkt diesen USB-A-Adapter von der Bitbox einmal angeschlossen. Und dann nehme ich das Verlängerungskabel und schließe dort nun also meine Bitbox an. Hier rum ist vollkommen egal, denn es ist USB-C. Hier hinten haben wir einmal die Speicherkarte mit drin. Die brauchen wir definitiv gleich. Und damit stecken wir einmal an meinen Rechner die Bitbox an. Und schon gibt es einmal hier die Übersicht, dass wir die Firmware updaten sollen. Das machen wir einmal, sobald die Firmware geupdatet ist. Das läuft komplett automatisch. Gibt es anschließend auf dem Screen von der Bitbox, das Kabel ist leider zu kurz, deswegen kann ich euch das jetzt nicht zeigen, die Ansage Tab this side. Und wir müssen jetzt quasi einmal irgendwo hin tippen, oben oder unten. Und wir kommen zu dem sogenannten Kopplungscode. Also das heißt, in dem Fall müssen wir einmal bestätigen, dass wirklich auch die richtigen Informationen auf dem Gerät stehen. Das heißt, ich sehe jetzt quasi diesen Pairing-Code einmal auf meinem Device, aber eben auch auf dem Bildschirm. Und ich muss das Ganze jetzt einmal miteinander abgleichen, ob es soweit passt. Und auf den ersten Blick sieht bei mir alles sehr, sehr gut aus. Das heißt also, ich tippe jetzt quasi auf der Bitbox einmal auf das Häkchen. Und damit geht es dann hier eben auch weiter in der Software. Das heißt also, ich muss auch hier einmal den Kopplungscode verifizieren, den ich auf der Bitbox sehe. Ich klicke hier einmal auf Weiter, denn das passt von meiner Seite aus. Und der nächste Punkt ist ziemlich relevant und zwar können wir nun unsere Bitbox einrichten. Entweder wir erstellen also ein neues Wallet oder wir können auch wieder eins wiederherstellen. Den zweiten Part lassen wir jetzt mal komplett außen vor. Das wäre natürlich relevant, wenn wir zum Beispiel an einem anderen Rechner sind oder Ähnliches. Wir erstellen also nun ein neues Wallet und können hier einmal einen Namen eingeben. Ich nenne das ganze Ding hier mal Phil. Du kannst natürlich irgendeinen anderen Namen hier einsetzen. Dann klicken wir auf Weiter. Und jetzt müssen wir einmal auf dem Display der Bitbox bestätigen. Hier gibt es einmal einen Namen, den wir gerade eingegeben haben und entweder auf der linken Seite ein X oder auf der rechten Seite ein Häkchen. Und hier klicke ich einmal quasi mit einem Finger über dieses Häkchen und kann damit quasi die Eingabe bestätigen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Wie eingangs schon erklärt, siehst du jetzt einmal die Bedienung der Bitbox. Du siehst hier schon die ganzen Funktionen. Du klickst also genau dorthin, wo du letztendlich den Buchstaben, die Zahl, wie auch immer suchst. Ja, zum Beispiel bei den Zahlen 1, 2, 3, 4. Und dann gibt es quasi die Blöcke. Und genau dort, wo die Zahl dann letztendlich ist, tippst du einmal mit deinem Finger gegen. Und am Ende, sobald du dein Kennwort komplett eingegeben hast, bestätigst du das, indem du eben genau diese beiden Finger hier zusammenfügst am Gerät, so wie es jetzt gerade gezeigt wird. Und schon wird das damit bestätigt. Und genau das machen wir jetzt einmal. Das heißt, du musst dir jetzt ein Kennwort überlegen für dein Gerät, um es zu entsperren. Und das mache ich jetzt auch parallel einmal. Und anschließend wird auf dem Display Success angezeigt und auch eine Art Schloss, das aufgegangen ist. Nachdem das also passiert ist, müssen wir einmal die folgenden Dinge uns durchlesen. Du erstellst jetzt ein Backup auf deiner MicroSD-Karte. Bevor du fortfährst, lies bitte die folgenden wichtigen Sicherheitsaspekte. Das betrifft dich nun also. Ich muss meinen Backup an einem sicheren Ort aufbewahren. Das ist mir bewusst, deswegen hake ich das einmal ab. Mein Backup ist nicht passwortgeschützt. Jeder, der Zugriff darauf hat, kann auf meine Wallet zugreifen. Das bestätigen wir. Wenn ich meine Bitbox 02 verliere oder beschädige, ist die Verherstellung von meinem Backup der einzige Weg, wieder Zugriff auf mein Guthaben zu bekommen. Das ist mir bewusst. Sollte ich sowohl meine Bitbox als auch mein Backup verlieren oder zerstören, ist der Zugang zu meinen Coins für immer verloren. Das Thema Self-Custody ist mir auch bewusst. Ich darf meine MicroSD-Karte nicht in einen Computer, Handy, Drucker oder anderes Nicht-Bitbox-Gerät stecken. Das ist mir auch bewusst. Sobald ich also alles verstanden habe und mir dessen bewusst bin, welche Konsequenzen mein Handeln also hat, klicke ich hier einmal auf Weiter. Nun müssen wir das heutige Datum bestätigen und zwar wird das auf dem Gerät angezeigt. Bei mir ist es heute das entsprechende Datum, das hier angezeigt wird und ich bestätige einmal, indem ich raufklicke und nun wird das Backup erstellt. Und du siehst, es ist schon fertig. Das bedeutet, dass wir nun unsere MicroSD-Karte entnehmen sollen aus dem Gerät oder diese Karte in dem Fall an einem sicheren Ort aufbewahren sollen. Das heißt, ich ziehe jetzt einmal meine Karte hier raus, habe sie jetzt in der Hand und die sollte ich natürlich jetzt einmal sicher lagern. Zum Beispiel in einem Tresor oder bei einer Bank in einem Bankschließfach. Im besten Fall habe ich natürlich ein Dublikat davon. Wie auch immer, darüber muss man sich selber Gedanken machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und dann klicken wir einmal auf Loslegen und dann können wir direkt starten. Du siehst, das ist eine ziemlich übersichtliche Thematik hier. Du siehst erst einmal die Kontenübersicht. Du hast hier verschiedene Konten, die hinterlegt sind, also zum Beispiel Bitcoin. Und auch hier wird direkt uns angezeigt, dass wir Bitcoin empfangen oder eben auch kaufen können. Für Litecoin ist es dasselbe. Dann haben wir hier oben auch gerade den Sync, der quasi durchläuft. Das dauert dann einfach einen kurzen Moment. Dann haben wir ETH hier zum Beispiel. Wir können Kryptowährungen kaufen. Das funktioniert dann natürlich über einen Drittanbieter. Auch dieser Drittanbieter möchte natürlich letztendlich Gebühren haben. Und du siehst schon, welche Drittanbieter hier angeschlossen sind. Pocket zum Beispiel oder Moonpay. Und eben auch die Möglichkeiten, damit zu zahlen. Also das ist ziemlich selbsterklärend. Man wählt also letztendlich einen Dienstleister aus. Kann sich hier auch nochmal Informationen anzeigen lassen. Zum Beispiel muss man hier bei der Banküberweisung 1,5% bei Pocket eben bezahlen an Gebühren. Oder eben auch bei Moonpay. Hier sind wir bei einer Kreditkarte oder Debitkarte bei 4,9% und bei einer Banküberweisung bei 1,9%. Die machen das natürlich auch nicht, quasi umsonst uns in dem Fall Euro oder Fiat in Krypto eben umzutauschen. Und dann geht man hier einfach auf Weiter, akzeptiert einmal die gesamten Bedingungen und darf dann anschließend anfangen, sich hier nochmal ein Konto anzulegen, die Banküberweisung anzustoßen und dann eben direkt auch die Bestände sich zuschicken zu lassen. Das lassen wir jetzt erstmal außen vor. Ihr könnt auch mal kurz über die anderen Punkte gucken. Gerät verwalten. Hier haben wir einmal das Backup. Wir haben die Recovery-Wörter, die wir uns hier anzeigen können. Wir haben ansonsten natürlich nochmal die Möglichkeit, unser Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wir sehen, dass die Firmware gerade aktuell ist. Wir haben die Passphrases, die wir aktivieren können. Und wir haben hier auch die Starteinstellungen, die wir anpassen können. Sowie die Echtheitsüberprüfung unserer Bitbox, den Secure-Chip und eben auch den Namen der Hardware. Und das Schöne ist an der Bitbox, dass eben auch alle Sachen erklärt werden. Wenn du zum Beispiel die Passphrases aktivieren möchtest, dann wirst du einmal durch eine komplette Anleitung durchnavigiert. Du kannst dir also zum Beispiel eine Erklärung holen, was Passphrases eigentlich sind. Du kannst dir erklären lassen, warum man sie benutzen sollte. Du kannst dir angucken, wie die Backup-Hinweise und so weiter aussehen. Ehrlicherweise würde ich das tatsächlich auch empfehlen, dass du die Passphrases aktivierst. Aber auch das übersteigt jetzt erstmal das erste Video. Denn erstmal geht es nur darum, die Bitbox in Betrieb zu nehmen und eben auch Bestände zu senden und zu empfangen. Wir gehen also einmal auf Bitcoin und klicken hier einmal auf Bitcoin empfangen. Und hier sehen wir in der Übersicht auch direkt unsere Adresse. Wir können auch unseren Adresstyp ändern von Native Segwit auf Tabroot oder auf Wrapped Segwit. Das funktioniert ohne Probleme. Wir können also auswählen, in welchem Format letztendlich unsere Adresse generiert wird. Und anschließend klicken wir hier unten auf Adresse auf Bitbox überprüfen. Und jetzt sehen wir zum einen den QR-Code als auch eben unsere Adresse. Und an dieser Adresse können wir dann natürlich von jeder beliebigen Wallet oder von jeder Exchange unsere Bestände hier hinschicken. Das funktioniert ohne Probleme. Und auf der Bitbox wird uns diese Adresse eben auch nochmal angezeigt, die ich eben einmal bestätigen darf. Sobald das bestätigt wurde, ist auch dieses Fenster wieder weg. Und ich kann eben auch weitere Adressen mir hier anzeigen. Bis zu 20 sind hier ohne Probleme verfügbar. Da ich an der Stelle aber noch keine Bestände auf dem Wallet habe, möchte ich dir in Form des Videos, was hier von Bitbox quasi direkt bereitgestellt wird, einmal zeigen, wie dann das Versenden funktioniert. Das heißt, du klickst einmal auf Send, kannst dann eben die Receiver-Adresse eingeben, kannst dann eben auch die Menge, zum Beispiel in Euro, eingeben und auch die Priorität. Damit hast du dann am Ende die volle Kostenkontrolle. Du kannst aber natürlich auch die Bitcoin-Bestände hinzufügen bzw. eintippen. Und du siehst schon direkt, du musst dann auf der Bitbox einmal die Transaktion bestätigen. Natürlich solltest du unbedingt einmal die Adresse verifizieren. Du siehst, wie viele Bestände verschickt werden und auch wie die Transaktionsgebühren aussehen. Und sobald du eben ready bist, hältst du die beiden Finger, wie gerade gezeigt, einmal zusammen. Und dann siehst du eben auch direkt in der Software, dass die Transaktion gesigned wurde und auch gesendet wurde. Das heißt, das hat ohne Probleme funktioniert. Und nun muss sie natürlich im Netzwerk einmal bestätigt werden. Auch das ist sehr, sehr simpel gehalten. Du kannst also zu jeder Zeit ohne Probleme deine Bestände, die du empfangen hast, auch wieder versenden und das komplett flexibel. Gut, an der Stelle hoffe ich, dass du einen einfachen Einblick bekommen hast in die Thematik, wie man also die Bitbox einrichtet, wie man Bestände empfängt, aber eben auch versendet. Solltest du noch irgendwelche weiteren Themen dazu haben, irgendwelche Fragen, irgendwelche Unklarheiten, dann schreib sie unbedingt unten in die Kommentare, damit ich sie dir entsprechend beantworten kann. Ansonsten wünsche ich dir natürlich einen wunderbaren Tag noch und hoffe, dass wir uns dann auch morgen wiedersehen. Denn auch morgen kommt natürlich ein weiteres sehr, sehr spannendes Kryptovideo. Ich freue mich auf dich, hab noch einen wunderbaren Tag und bis morgen. Bis zum nächsten Mal.